Hallo Walter, wie lange seid ihr denn schon Kunde bei Greinwalder & Partner? Also wir sind so circa ein Jahr Kunde bei Greinwalder & Partner. Okay, ein Jahr. Und welche sind die Leistungen und die Produkte, die ihr am meisten schätzt von Greinwalder & Partner? Also für mich ist ganz wichtig die Betreuung, weil ich gerade eine Anlage neu aufgebaut habe. Gerade die Aufbaubetreuung war für mich sehr wichtig und das hat auch sehr gut funktioniert. Die Betreuung von eurer persönlichen Marketing-Spezialistin und Beraterin vermute ich dann auch? Von der Julia, ja. Damit bin ich sehr zufrieden. Und die Sachen, also die Kampagnen, die angeboten werden und so weiter, sind die auch interessant für euch? Dazu kann ich noch nicht allzu viel sagen, weil ich noch gar nicht so viel mache. Also es geht ja rein noch immer über die Öffnung und wie gesagt, da bin ich jetzt gerade ein halbes Jahr dabei. Und da geht es halt immer noch, kommt rein, seht wer wir sind und schaut. Und deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber bis dahin klappt es alles sehr gut. Das ist schön, das hört sich sehr zufrieden an. Dann bedanke ich mich für dieses schöne Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke. Danke.